freunde heaven auf coconut möchte ich euch heute vorstellen jetzt der erste duft von hanan profumo ihr kennt ihn den tick tocker oder schrägstrich youtube aber mehr tick tocker ich habe das gefühl erst 24 stunden lang live aber ja er hat ahnung von dürften er tauscht seine dürfte ja live oder seine seine erfahrungen sein wissen mit euch auf tick tock live über dürfte aus und er hat jetzt an ersten duft kreiert heaven auf coconut und ja er hat auch noch ein kleines schmanke wie man in bayern sagt ja ein öl rausgebracht ein parfümöl das werde ich am rande erzählen das kommt danach nachdem ich ihnen hier vorgestellt habe ja heaven auf coconut die frage ist wie wert oder wie ist ihr dieser kokos noch duft ihr bekommt diese um verpackung dazu und da drin ist denn dieser pappschuber also schon sehr cool ihr könnt ihn hier aufziehen und da kommt der flakon zum vorschein ja für die leute die auf ovp wert legen sehr cool so ich mache mir das mal wie immer sauber ein bisschen hier haben wir den schönen flakon endlich mal anders das sind 50 ml und ja sieht anders aus der duft wurde übrigens kreiert von carbonel den hauptperformier von search of und ich habe oder wie schon bei ut 31 gesagt habe von kai porten der wurde auch von carbonel kreiert und ich habe 45 ungefähr 45 46 search of dürfte ich gehe nie davon aus wenn ich weiß der kreiert einen duft dass der schlecht wird so nun ist aber die frage ist es ein kokos duft duft ich habe mit hanan vor sechs monaten schon gesprochen ich war auch zweimal live mit ihnen auf tick tock war sehr cool da haben wir schon über seinen duft gesprochen er wollte so eine art raffaello duft raus weil ihr kennt ja raffaello oder raffaello ne raffaello raffaello und ihr kennt ja das schmeckt schon saugeil und wenn man ja dieses süße zeug was wirklich gut ist dann fühlt man sich so wie bora bora also wer schon auf bora bora war der weiß von was ich rede ist es natürlich ein traum teuerste urlaubsziel aller zeiten glaube ich und ich weiß jetzt nicht aus dem kopf ob es ein teures gibt schwer aber ich sehe wenn ich sich abschweifen da sind ja ja nicht kein urlaubs channel und so ein duft wollte er kreieren und ja ich werde euch jetzt sagen ob das geklappt hat wie gesagt der flakon ist stabil sehr cool kein plünen so wie ich das immer so schön sage ein guter sprühe gleich vorweg und dieser duft startet einfach kokos mäßig karamell mäßig süß oder besser gesagt genau raffaello raffaello wie auch immer style so habt ihr diesen duft am start sofort und gleich vorweg er bleibt in der luft so und auch gleich vorweg die ziel ist stark genauso wie die haltbarkeit hier sind nämlich 30 prozent ölanteil und das hat schon stil also umso mehr öl umso stärker der duft und das ist ein extrakt der perfümer ich mich nicht ganz täusche ja und wirklich top also mir gefällt er möchte gern dass ich die wahrheit erzähle ich erzähle aber immer die weit wenn mir was nicht gefällt wir kommen auch zu einem kleinen punkt wo ich sage okay das da muss man sich dann gewöhnen aber man hängt ja auch nicht die ganze zeit so aber dazu später aber wer hier ein wirklichen kokos als kokosnussdüfte sind schwierig gleich vorweg auch er ist oder er wollte kein duft der nach wie heißt er von jean paul gotti lebeau glaube ich ja genau da gibt es zwei versionen die habe ich auch das ist pinaculada so und das ist was anderes also die gehen nicht in die richtung ich habe fast 1000 dürfte hier und dieser duft riecht nicht wie ein einziger durch den ich habe also richtig gut wie gesagt ihr bekommt karamell oder beziehungsweise kokosnuss karamell und süße ihr habt sofort raffaello im kopf so raffaello raffaello wird das aus egal sofort ihr habt das sofort im kopf urlaub mehr und einfach sonne meinetwegen hübsche frauen etc pp das ist ein geiler dorf mit super halbbarkeit und super ziasch also ich kann nur sagen hut ab richtig gut geworden also ich kenne bis jetzt ich müsste lügen ich finde den lebo auch gut mehr als jedenfalls das leu parfüm das leu parfüm kommt richtig gut aber den schlägt er nicht also ich finde bis jetzt ist es der beste kokosnuss duft kokosnuss duft oder dürfte sind schwierig wirklich schwierig und jetzt habe ich einen erst mal vielen dank noch mal einen anderen der mit dem duft zur verfügung gestellt hat plus auch das öl da kommen wir gleich zu und ja gefällt mir richtig gut und wie gesagt ihr habt oder er wollte auch eine gute ausstrahlung eine gute haltbarkeit und ich finde das ist auch nicht unbedingt gegeben der lebo allerdings le parfüm hält auch extrem gut und hat auch eine starke ins jahr darum geht es nicht wie gesagt das pinaculada und das ist hier richtig kokosnuss mit karamell hier ist auch sand drin also vielleicht macht das so das bisschen trocken das ist so ein bisschen trocken genau dieser sand dann habt ihr lotus drin lotus die blüte merke ich und jetzt kommen wir zu dem punkt auf der haut wenn ihr ihn auf der haut sprüht und so macht ist er anders als in der luft also dieses oder diesen raffaello style habt ihr in der luft und in der sillage was gut ist weil andere den so wahrnehmen wenn ihr so macht nicht am anfang aber so nach einer zwei minuten dann habt ihr nicht das süße ihr habt wirklich ich jedenfalls nicht jede haut ist anders und dann merkt ihr so diesen lotus der da drin ist merkt ihr schon sand wie sand auch immer das ist und das merkt ihr schon so und dann habt ihr wirklich nicht die süße also wenn ihr den aus sprüht ich meine gibt es glaube ich noch in keinem store deswegen wollte ich sagen testet ihn ich glaube es muss ein blindkauf werden ich weiß es nicht viel ich glaube aber er hat auch proben inzwischen und ich habe den duft gestern aufgespürt übrigens jetzt immer noch da im endeffekt wenn ihr mich jetzt fragt was ist das wenn du natürlich es ist ein sommer duft in anführungsstrichen aber diesen duft weil er so stark ist und warum sollte man im winter oder im herbst oder auch im frühling nicht nach kokosnuss riechen absolut geil es ist ein sauber mann durfte auch moschus ist auch dabei und mein glöckchen so und alles ich mache dürfte auch mit glöckchen das passt alles weg zusammen ist in der kopfnote kokosnuss und in der in basisnote sorry in der basisnote in drei da und habt ihr auch kokosnuss also kokosnuss in the face wie gesagt so und wirklich jaffaelo style und ja einfach perfekt gemacht aber wie gesagt wenn ihr dann riecht habt ihr schon den ich merke den lotus und dann habt ihr so das ist trocken das ist so ein bisschen blumig würde ich nicht sagen aber schon ein bisschen seifig ist auch der falsche ausdruck aber anders aber hauptsächlich sagt die ausstrahlung da habt ihr wirklich die süße karamell kokosnuss kokosnuss maiglöckchen und moschus bisschen klar und es ist schon nice also der duft gefällt mir wirklich gut also für sein erstes release hut ab sehr cooler duft und ja er hat einen sehr schönen duft beziehungsweise flakon ausgesucht also muss ich sagen ich hoffe er behält das bei falls noch ein duft kommen sollte das ist schon wirklich gut so und so gut denn jetzt kommen wir zu sein öl sein parfümöl das sind glaube ich 12 ml und zwar garten auf fuß ja das hat er auch noch dazu beigelegt und das ist ein duft den könnt ihr ein hier mit so einer drehkugel ich weiß nicht wie das jetzt heißt und dann habe ich drauf gemacht das ist dabei ihr habt sonst so eine so ein stifter bei denen sonst aber das das mache ich nicht so gern ich komme jetzt gerade nicht auf den namen wie heißt das so ein mann kommen egal ich werde es einem denn was ich meine und ich finde aber den den roll die rollkugel besser zum ja als diesen stift wo ich jetzt nicht gerade drauf kommen wie er heißt egal auf jeden fall zum duft ich muss sagen garten auf fuß auch hier richtig gut hundertprozentiges parfümöl richtig gut viele meinen er riecht nach erbergold ich muss sagen ich kenne erbergold von search of nicht tatsächlich mein duft den ich die kenne ich nicht ich finde und jetzt kommt und dass ich persönlich finde das sehr sehr gut auf der haut riecht er für mich wie night flight von job das würde oder das würden jetzt viele wahrscheinlich sagen okay wow ist wirklich so also ich habe das in der nase richtig das ist eine fruchtigkeit süße entspannt aber night flight und night flight wurde eingestellt war sehr sehr beliebt von job es gibt so viele leute wenn ich das so höre immer die sich aufregen dass es den duft nicht mehr gibt auch hier habe ich ein bisschen hier ist das ziemlich jetzt hier ist ein sauer süß wenn ihr aufsprüht habt ihr das aber ich habe ich habe voll night flight feeling ich kann ja sein dass er aber gold auch nach night flight riecht keine ahnung wie gesagt und wie gesagt den könnt ihr auch kaufen 12 ml auch guter ist stark auf der haut also wenn ihr kriegt ihn einfach mit es ist einfach präsent der duft und ja garten auf fuß ich kann euch das nur empfehlen diese beiden dürfte mal ja zu testen bin der meinung das mitbekommen zu haben dass er auch proben hat und selbst die fliege hier die hier ab nervt inzwischen gebe ich den namen ich glaube die liebt meine dürfte wie verrückt die wir gar nicht mehr weg und wirklich ein interessanter sehr geiler kokosnuss duft heaven of coconut und sein fruchtiges parfümöl ist auch top also ich muss sagen für wirklich für ein erstes release und wie gesagt natürlich carbonell hat diesen duft kreiert ich habe oder ich hab das schon bei ut 31 gesagt oder auch überhaupt bei search of dürften es ist ja nicht schlecht dass er macht ja wirklich oder auch er mag bauer dürfte kreiert er ja auch ich habe ja auch mark seine dürfte und ich muss sagen das ist schon wirklich genial und vor allen dingen er kann das auch mit diesen 30 oder 40 prozent ölanteil das ist natürlich nice da liegt die betonung auf nice wieder doch immer so schön sagt und ich kann nur sagen wer also kokosnuss ein oder einen guten kokosnuss duft sucht der nicht in die richtung von le beau geht der muss diesen duft eigentlich haben oder testen vorweg wer gar kein kokosnuss macht ja vergesst das denn das ist nichts für euch selbst wenn karamell da drin ist wie gesagt wenn er raffaelo nicht mögt dann ist das auch kein duft für euch dann solltet ihr aber hier gerne auf fuß mal testen also ich glaube den ich wüsste jetzt nicht wer den jetzt nicht mag weil er es nicht übersüßt er hat wirklich night flight feeling in meinen augen das finde ich positiv und ja ja ich hoffe er wie gesagt dass release sei schon kommt gut an bei euch da draußen für ihn ich wünsche ihnen das weil er wissen wirklich ein top duft und erst wirklich ein super typ immer nett und macht seine sache gut und auf tik tok und ja wie gesagt ich werde unten in der video beschreibung seine seite verlinken seine dürfte schaut da mal vorbei wirklich super dürfte so schönes öl also wer öl mag es ist auch mal interessant da kommt man auch mal so an duftöle duftöle sind so interessant wenn man natürlich das so bisschen mag das öl nachteil vielleicht auch ist wenn ihr euch kratzt und es juckt dann habt ihr öl an der hand das ist noch ein bisschen anders als parfüm allerdings hier sind auch wie gesagt in heaven of coconut 30 prozent ölanteil drin dann habt ihr natürlich auch öl auf der haut weil das eben ja viel öl drin ist noch mal und das ist geil aber wirklich respekt sehr schönes release wie gesagt ich wünsche viel glück damit und leute schaut mal auf die seite und testet diese dürfte also leute das war's wie talk vom dog wie immer und dann bis zum nächsten mal und 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 Untertitelung des ZDF, 2020